Hallo meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, mein Name ist Uwe, das hier ist Folge 3 von Dead Space und heute machen wir weiter mit dem dritten Kapitel. In der letzten Folge haben wir uns endlich die Rig des Captains besorgt und damit die Zugangsquote zu sämtlichen Systemen im Prinzip hier auf diesem Schiff. Und mittlerweile befinden wir uns auf dem Engineering Deck und wir machen jetzt heute wie gesagt weiter und schauen mal was in dieser Folge so alles passieren wird und ich würde sagen, ab geht die Post. Wir sind hier echt Depp für alles im Prinzip, also die Treibstofftanks die sind leer, das ist schlecht, die Zentrifuge läuft wohl auch nicht mehr, das ist auch schlecht, ohne Zentrifuge zerfällt unser Orbit und wie wir Hammond haben hören sagen, ziehen uns somit ein paar Trillionen Tonnen Gestein in Richtung des Planeten. Da, ich würde sagen, das ist auch schlecht, definitiv. Also, um diese Probleme wollen wir uns dann in dieser Folge anscheinend kümmern und ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Ah, da hinten ist noch ein Schrank. So, 800 Credits haben wir hier, was haben wir hier? Triggerlink 710, Transparent Alloys, I Love My Peng. Alles Klärchen, soviel zum Thema. Kontrollraum. Warning, this is a dangerous environment. Sink your rig regularly. Safety begins with you. Okay. Ich liebe das, diese ganzen kleinen Details. Ich sage das mindestens fünfmal in jeder Folge, aber ich stehe einfach auf das Ganze hier. So, dieser Raum hier sieht eigentlich ziemlich freundlich aus, soweit. Was haben wir in diese Richtung? Aufzug zur Zentrifuge. Ein bisschen Plasma-Energie, das ist immer gut. Hier haben wir sogar einen Shop, das ist auch sehr gut. Hier haben wir noch ein paar Spinte. Oh, macht doch nicht so einen Lärm. Nochmal Plasma-Energie, sehr schön. Ach, das hier sind Getränke-Automaten, so wie es aussieht. Ich habe früher immer gedacht, das wären so komische, weiß ich nicht, so Casino-Automaten, wisst ihr, wo man so Zeug reinschmeißt und dann zieht man einem einarmigen Banditen oder so. Sowas habe ich immer gedacht, wäre das. So, was haben wir hier liegen? Ein Audio-Log. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Tamper. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Käpt'n starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Sie haben einen Treibstoff-Leg und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denn was und ich werden versuchen, das Treibstoff-Depot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out. So wie es aussieht, haben sie es wohl nicht geschafft, das Leck zu reparieren. Sonst wäre das mit dem Treibstoff wohl gerade kein so großes Problem. Mich würde tatsächlich gerade interessieren, ob das zufällig Tempel ist. Oder vielleicht Rucker oder Denver oder wie auch immer. Wobei Rucker, er hat ja gesagt, Rucker ist verschwunden. Oh, spielen hier keine Spielchen mit mir. Im Übrigen hat er in dieser Audio-Log auch gerade erwähnt, dass der Käpt'n am selben Tag verstorben ist, als sie auch den Planeten aufgerissen haben. Hier übrigens haben wir eine schöne visuelle Darstellung, wie das im Moment aussieht. Also wir haben hier einmal natürlich groß im Bild den Planeten selber. Und drumherum haben wir hier diese Umlaufbahn, dieses etwas dunkelgelbe, dunkelorangene. Und dort kommt jetzt von dahinter im Prinzip diese Struktur. Dort sehen wir im Prinzip die Ishimura mit diesem Gesteinsbrocken, den die aus dem Planeten gerissen haben. Und da sind ganz, ganz viel, ähm, also doch schon ein relativ großes Trümmerfeld auch hier drumherum, um den Planeten. Da sehen wir sie jetzt kommen. Ich hoffe, dass ihr das überhaupt seht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant gemacht. Und ich finde das cool, dass du, oder dass man generell ab und zu mal doch so das Ganze irgendwie nachvollziehen kann. Ich meine, das macht schon irgendwie Sinn, dass sie auf diesem Deck auch so eine Darstellung haben, um einfach, ähm, so ein bisschen im Auge zu behalten, was hier gerade drumherum so abgeht. Und wahrscheinlich wird hier auch mehr oder weniger eine Beschreibung sein, wie der Planet aufgebaut ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schon sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, wo wollen wir denn als erstes hin? Also wir müssen, äh, Zentrifuge könnten wir, was haben wir hier hinten? Die Tür ist verschlossen. Oh, das hier ist auch verschlossen. Ähm, dann würde ich sagen, kümmern wir uns das erste Mal um die Treibstofftanks. Dann gehen wir also mal zum Maschinenbereich. Auf jeden Fall. Machen wir das mal so. Äh, muss ich vielleicht zuerst in den Shop? Wir waren erst am Shop, ne? Genau. Alles klar, dann können wir direkt weitermachen hier. Und da unten ist eine Werkbank. Oh Mann, und hier liegt auch schon wieder sehr, sehr viel rotes Zeug. Mein Freund. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber bei Hans Wurst hat das nicht geklappt. Äh, Peter Wurst hat mich fast damit gekriegt. Aber bei Franz Wurst? Ne. Mh, mh. Hier haben wir ein paar Anzüge hängen. So, was haben wir denn hier alles? 800 Credits. Und was haben wir hier? Nehmen wir zuerst mal eine Audio-Lok. Was zum Henker ist hier los? Es ist, der ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich. Seine eigenen Zähne. Henderson. Oh Gott, ist er tot? Bleibt locker. Er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann. Warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Es wird immer deutlicher, dass die Leute irgendwie so langsam den Verstand verlieren, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Schema. Brennstoff für den Flammenwerfer. Also ein Munitionstypus für eine Waffe, die wir nicht gebrauchen. Ich bin kein besonders großer Fan von dem Flammenwerfer. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich das ganze Spiel nur mit dem Plasma-Katter spielen. Von dem hier ist das jetzt nicht ganz so interessant. Aber die Werkbank ist definitiv interessant. Oh, hier haben wir eine Text-Lok. Chaos. Deck-Lokbuch von HelloFAB. Ich weiß nicht, wofür AB steht. Vielleicht für Arbeiter oder... Keine Ahnung. Da steht tatsächlich keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Käpt'n und jetzt werden wir angegriffen? Carmack meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen, weil nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Ja, Hello. Mal gucken, ob du das geschafft hast. Also, ich würde es mir für dich auf jeden Fall wünschen. Ja, hier war auf jeden Fall einiges los. Ganz viel Chaos, ne? Hier gesagt. So, wir haben drei Knoten. Einen werde ich mir natürlich übrig lassen. Jetzt ist natürlich so die Frage... Vielleicht sollten wir langsam mal tatsächlich ein bisschen was in die... ...in unsere Rig pumpen. Apropos Pumpen. Vielleicht mache ich mal den ersten Punkt jetzt mal auf Luft tatsächlich. Und damit haben wir jetzt einen... ...einen... ...einen Sauerstofftank mit einer Kapazität von 90 Sekunden. Es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als 70 Sekunden. Das ist ja auch gerade, dass die Energie für... ...für unser Stase-Modul komplett aufgebraucht ist. So, hier sehen wir es nochmal. Anzug Level 2, Luft 90 Sekunden. Wir haben fast 30.000 Crack jetzt tatsächlich. Das ist nicht so übel. Aber machen wir jetzt erstmal weiter. Ach, guck mal da. Dann komme ich da auch dran. Ja. Sehr schön. Immerhin sechs Schuss. Teamwork. So, wir können hier einmal nach rechts. Hier geht es auch noch weiter, okay. 1000 Crits. Nochmal 1000 Crits. Nochmal 800 Crits. Wir hinten sonst noch was. Sieht nicht so aus. Oh, komm. Los her. Okay. Da ich natürlich alles erkunden will, gehe ich erstmal hier runter. Schauen, ob hier zufällig noch irgendwas Nützliches ist. Ein kleines Medipack. Das ist schon mal was. Ach. Und von hier sind wir gekommen. Okay. Alles klar. Dann können wir ja doch wieder zurück. Und mal eben hier hin. Sonst noch jemand? Okay, okay. Hier haben wir Impulsprojektile. Störung Chinese benötigt. So, nach rechts kommen wir zum Kontrollstation der Betankung Süd. Und nach links kommen wir zur Kontrollstation Betankung Nord. Und nach rechts kommen wir zum Kontrollstation. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal zu der südlichen Kontrollstation. Dann können wir gleich die Betankung schon mal einleiten. Unfassbar. Oh, lad schon mal nach. Oh. Oh, und auch noch ein schwarzer. Und ich habe keine Stase. Oh, lad nach. Bitte. Oh nein. Kommen wir nach, laden. Der lebt immer noch. Jetzt. Ey, das gibt es noch nicht, oder? Also, so eingeengt habe ich mich noch nie gefühlt. Oh Mann, und da waren diese, diese explosiven Kanister auch noch hier gestanden. So, und da ist jetzt gerade auf dem Geräusch. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Ah, da drüben steht aber noch einer, habe ich gerade gesehen. So eingeengt habe ich mich wirklich noch nie gefühlt. Meine Fresse. Für einen kurzen Moment habe ich auch gedacht, ich gehe jetzt drauf. Sag mal, ich höre hier doch irgendwas rumwatscheln, oder? Mal abgesehen von meinen Schritten. Oh, guck mal. Energieknoten. Ja, wunderbar. 2.300 Credits. Das ist auch wunderbar. So, und hier haben wir eine Audio-Log. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch-Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb geköpft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder eröffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Mich beschleicht so das Gefühl, dass einer von den beiden jetzt gerade hier liegt. Egal ob Temple oder Danvers. Ich glaube, ich habe vorhin auch seinen Namen falsch ausgesprochen. Kann das sein? Ist ja auch egal. Der Orbitzerfall beginnt in weniger als 10 Stunden nach Abschaltung der Antriebe. Was jetzt irgendwie ganz interessant ist. Weil das bedeutet ja, dass das Ganze irgendwie noch nicht allzu lange her ist tatsächlich. Wow, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Plasma-Munitionen direkt zu mir geschleudert wurden. Also die Dinger finde ich klasse. Den anderen nehme ich auch noch mit. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Oh, in welche Richtung geht es denn jetzt weiter, sag mal. Oh, das will ich nicht. Lieber das hier. Oh, hier liegen ja noch mehr Leichen. Oh. Okay, vielleicht ist einer von denen ja Temple oder... ...Denvers. Oh, diese Atmosphäre hier. Ich bin hier von rechts gekommen, ne? Ja, okay. Hier haben wir eine Save Station. Oh, okay. Was haben wir hier liegen? Schema für den Ripper. Eine weitere Waffe. Eine weitere Waffe. So, und dann können wir hier mal das Zeug hier unterziehen. Tanksequenz aktiviert. Wie groß muss der Antrieb sein, dass der so betankt wird. Ich nehme mal an, das hier ist jetzt wahrscheinlich der Tankrüstel, sozusagen. Unvorstellbar. 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 Ja, komm. Ja, komm. Jetzt hast du's. Nochmal Impulsprojektile hat der Kleiner fallen lassen. Oh, und der hier anscheinend auch. Hier oben haben wir auch nochmal eine Rehling. Ach, guck mal. 3000 Credits. Immer schön die Augen offen halten, ne? Immer schön die Augen offen halten. Und die Ohren auch. Ich hab doch gerade irgendwas in diesem Bereich hier gehört. Das war's, dich nehme ich mit. Ich hab das Gefühl, die Dinger werden noch irgendwie zu meinen besten Freunden. Diese Sounds. Ey! Wo willst du denn hin? Hä? Na toll. Okay. Unschlecht. Hallo? Okay. Also, ich denke mal, damit starten wir dann endgültig die Tanksequenz. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer sie machen, es funktioniert ein Sack. Ich hab eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald sie den Antrieb online haben. Verdammt was. Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay, also tanken ist ausgeführt, wir haben wieder Sprit. Ich würde auch mal interessieren, was die tatsächlich hier für einen Kraftstoff eigentlich benutzen. Und vor allen Dingen, was hat es für einen Grund, dass... Ich meine, das Schiff hat wohl Treibstofftanks, von denen man aus einen anderen Treibstofftank betanken muss, bevor man den Treibstoff benutzen kann. Muss der nochmal irgendwie weiterverarbeitet werden? Muss er irgendwie runtergekühlt werden oder was auch immer? Oh, nö. Ich bin kein großer Fan von den kleinen Dingern, von den Swarmers. Ich hoffe, ich hab sie alle erwischt. Wenn ja, dann hab ich gerade tatsächlich mehr Glück als Verstand gehabt, mehr oder weniger. Okay, die Packlein. Ah, okay, hier geht es wieder zurück zum Kontrollraum. Jawohl, ja. Oh, nein. Oh, das ist... Das ist ein bisschen gemein. Oh, mein Inventar ist voll. Oh, wartet mal. Ich habe ein Stase-Pack. Muss mal ein Bein abhacken. Könnte man nachladen. Alter Schwede. Die Viecher halten so viel aus. Gott sei Dank lag hier auch nur die einzige Leiche. Diese eine einzige Leiche. So wollte ich das eigentlich sagen. Okay, dann können wir ja jetzt, glaube ich, nochmal zum Shop. Dann können wir nämlich das Schema mal runterladen. Jawohl. Das ist zwei Schema sogar gewesen. Oder Schemata. Und dann können wir auch die Impuls-Projektile verkaufen. Die Plasma-Energie behalten wir natürlich. Medipacks nehme ich jetzt mal so mit. Und ansonsten haben wir nichts Neues. Ach, wisst ihr was? Wir haben 42.600 Credits. Ich kaufe nochmal zwei Energieknoten. Wir müssen ja noch in einige Punkte investieren. So, dann können wir jetzt aber weiter zur Zentrifuge. Ich denke mal, da drüben die Tür wird immer noch nicht offen sein. Ne, leider eh noch nicht. So, dann machen wir uns mal auf hier. Zur Zentrifuge. Dekontamination bevorstehend. Warning. Mandatory decontamination. The gravity centrifuge is fragile equipment. All authorized personnel must un... Was? Ah, undergo. Thorough decontamination sequence before accessing the core. Thank you. Das macht irgendwie schon Sinn. Kann man gut vorstellen, dass so eine Zentrifuge auch schweineteuer ist einfach. Sicherlich. Und damit höchstwahrscheinlich auch ziemlich empfindlich. Oder andersrum hört sich das glaube ich besser an. Dadurch, dass diese Zentrifuge so empfindlich ist, ist es wahrscheinlich auch teuer. Audio Lock. Hier spricht Tempel. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Hat Hammett nicht gesagt, dass es einige Trillionen Tonnen Gestein sind? Tempel hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung. Das sind 4 Millionen Tonnen, um genau zu sein. Kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor. So, nochmal Medipack-Line. Lassen wir Energie. Hier haben wir direkt nochmal eine Werkbank. Die werden wir natürlich sofort benutzen. Credits. Und hier haben wir nochmal Strahl-Munition. So, Werkbank. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Ich glaube, ich mache jetzt endlich mal einen Punkt auf die Trefferpunkte. Damit haben wir ein bisschen mehr Lebensenergie. Stase-Modul. Oh, wir haben zwei Leerpunkte. Ich könnte nochmal einen Punkt auf Schaden gehen. Ich glaube, das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Dann gehen wir lieber nochmal auf Schaden, hätte ich gesagt. Und ein Knoten halten wir natürlich auf Reserve. So. Und auf der Rig werden jetzt 5 Abschnitte sozusagen angezeigt. Und nicht nur noch 4. So, dann gehen wir uns mal dekontaminieren. Das ist ein ganz schön großer Raum, ne? Also hier kannst du mehrere Leute auf einmal dekontaminieren. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Oh, Freunde, ihr seid zu dritt. Oh, Freunde. Oh, du bist aber schnell draufgegangen. Die Kontamination-Sequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Oh, hier haben wir nochmal Plasma-Energie. So, zu Zentrifuge. Sieht so aus, als würde es rechts wohl weitergehen. Dann gehe ich erstmal nach links. Oh, was ist das denn hier? Oh mein Gott. Also, wenn das die Notfallvorräte sind, dann will ich nicht in einem Notfall stecken. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Ich muss auf jeden Fall mal nachschauen. Den nächsten Punkt beim Upgraden des Plasma-Cutters sollte ich vielleicht tatsächlich mal auf Kapazität gehen. Ach du Scheiße. Boah, diese ganzen Geräusche. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Wir sind voll. Wir sind schon wieder voll. Luftkanister entfernen wir mal. Ich würde auf jeden Fall liebend gerne den Halbleiter mitnehmen. In Pulsprojektile und den Luftkanister brauchen wir nicht unbedingt. Immer mal wieder ein bisschen so in die Ecken reingucken. Vielleicht versteckt sich ja da noch ein bisschen was. Hier liegt nochmal Luftkanister. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay, meine lieben Freunde. Hier unten haben wir die Zentrifuge. Und hier haben wir noch mehr von diesen Wucherungen. Oh, das gefällt mir ganz gar nicht. So, holen wir uns erstmal ein bisschen Items. Brennstoff für einen Flammenwerfer. Das brauche ich aber ganz und gar nicht. Aber die 1200 Credits könnte ich ganz gut gebrauchen. So, haben wir hier noch ein paar. Oh. Aha, aha, aha. Oh, du bist mir zu nah. Zu nah dran. Zu nah dran. Oh, jetzt sind es auch noch zwei. Wo ist mein Flammen-Dingsbums? Warum verschwinden die andauernd? Hey, jetzt mal ohne Spaß. Wo ist denn das Ding hingeflogen? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Dann bleib halt da. Komm. Verdammt. Ich habe dich gebraucht. Huch, falsche Taste schon wieder. Und schon wieder falsche Taste. Ich mache das noch einmal und dann habe ich gleich keine Stase mehr. Verdammt nochmal. Und die Stase brauche ich auch noch hier. Und zwar für genau das da. Na, ich habe den Generator selbst. Na super. Hat natürlich sehr, sehr gut geklappt, ne? Beim ersten Versuch. Das Gute ist... Das Gute ist... Das Gute ist... Das Gute ist... Ich fange nochmal an. Ist, dass wir ein Stase-Pack haben. Gott sei Dank. Weil sonst wäre das jetzt hier echt ein bisschen... Ach ne, da oben... Da oben ist eine Stase-Station. Okay, alles gut. Ich habe jetzt schon gedacht... Ernsthaft. Ist ich die ganze Zeit versteckt, oder was? Oh! Heute läuft das irgendwie nicht so gut mit mir und der Stase. Noch mal einer. Noch mal einer. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So, meine Lieben. Die Zentrifuge... Ist wieder... Bereit. Eieieiei. Ich tue mich mit der Steuerung manchmal echt ein bisschen schwierig hier. Wir haben ja tatsächlich eine Stase-Station. Ich hätte echt gedacht... Ich habe jetzt so ein bisschen vergeigt hier. Weil ich wirklich so ein bisschen Angst hatte... Dass ich damit nicht mehr hinkomme. Und ich jetzt hätte mehr oder weniger neu laden müssen oder so. Aber das Spiel lässt uns nicht im Stich. Gott sei Dank. Gott sei Dank lässt uns das Spiel nicht im Stich. Das ist sehr gut. So, dann schmeißen wir die Zentrifuge doch mal an, oder? Aktivierung der Zentrifuge leitet Gravitation ein. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die Planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wieder hergestellt. Eintritt ins Vakuum. Eintritt, Vakuum. Da unten sehen wir wieder den Planeten. So, ich würde mal behaupten, wir müssen dann sowieso aussieht jetzt in diese Richtung. Sehr gut, Altag. Die Zentrifuge und der Gyro-Antrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ich merke definitiv einen Unterschied. Also der Plasma-Cutter ist wesentlich stärker geworden. Ein Punkt auf Schaden und man merkt sofort was. Das ist richtig, richtig gut. Die Luft wird langsam knapp. Gott sei Dank gibt es jetzt hier eine Sauerstoffstation. Jetzt ohne Spaß. Das sieht doch auch saukool aus, oder? Ich habe gerade gesehen, dass dort an der Wand Credits liegen und ich habe mich davon ablenken lassen. Oh, 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 oh. Ich probiere es nochmal. Ach, nö, oder? Ich komme an die Credits echt nicht ran. Schade. Schade, 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 schade. Jetzt sind wir hier oben an der Stelle, wo ich das Ding schon einmal verloren habe. So, dann wäre es Zeit, hier wieder zurück zu gehen. Jetzt können wir nämlich wieder zurück zum Kontrollraum. Seit wann liegt der Plasma-Energie? Ende des Vakuums. So. Oh. Genau. Oh. 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 Ich glaube, ich habe gerade den Luftkanister wieder aufgehoben. Aber ist egal. Keine schöne Begegnung, sowas. Ich meine, man hat sich wahrscheinlich denken können, was hier passiert. Schon beim ersten Mal, als wir hier vorbeigelaufen sind. So. Also. Wir haben betankt. Zentrifuge läuft. Hoffentlich meldet sich gleich nochmal Hammond. Ich bin ja nicht doof. Aber schon klar, dass du nochmal auftauchst. Moment mal. Zwei Knoten haben wir. Ja gut, wegen einem Knoten, den ich benutzen kann, werde ich jetzt nicht nochmal an die Werkbank gehen. Es werden noch genug Werkbänke kommen. So, ab zum Kontrollraum. Kendra. Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra. Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor Sie den Planeten angebot haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefatt zusammen, das Sie auf dem Planeten gefunden haben und das Sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Das klingt doch mal sehr schön. Und vor allen Dingen auch schön, dass du noch am Leben bist, Kendra. Wir haben ja schon Angst und Sorge gehabt, dass du nicht mehr am Leben bist. Gut, also Kendra hat uns tatsächlich jetzt hier diese Tür aufgemacht, die uns zum Treibstoffdepot weiterführt. Und dort können wir dann, so wie es aussieht, die Antriebe wieder anschmeißen. So, haben wir irgendwie was... Wir haben den Halbleiter Gold und den kleinen Luftkarnisse, den ich jetzt mal verkaufe. Wir haben auch Strahlmunition, die können wir auch verkaufen. Und im Allgemeinen sieht das tatsächlich gar nicht mal so übel aus. Ich werde mir dafür sogar nochmal einen Energieknoten gönnen. Und dann können wir hier fleißig weitermachen. Eintritt Vakuum, alles klar. Hier haben wir nochmal eine grüne Kiste, das ist schon mal ganz gut. Mit Impulsprojekt hin, aber ist okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, den Luftkarnister klein, den lasse ich hier liegen. Den brauche ich nicht. So. Mal schauen hier. Ach, guck mal an. Oh. Ne. Ich habe keinen Bock zu kuscheln. So, ich denke mal, dass es hier dann wahrscheinlich weiter geht. Da kommt nochmal einer. Hier haben wir jetzt eine etwas bessere Sicht auf den Planeten. Nicht unbedingt auf den Kopf, aber auf den Planeten. Und hier sehen wir ganz gut, dass es im Weltall tatsächlich kein Oben und Unten gibt. Denn Oben und Unten ist natürlich immer in Relation zu sehen. Oben und Unten ist auch im Prinzip keine physikalische Einheit oder sowas. Oben und Unten, das haben wir Menschen erfunden. Oh Mann, ist das hier laut. Oh Mann, ist das da laut. Das ist ja der Wahnsinn. Ich wollte eigentlich nur sagen... Oh, der arme Kerl. Oh, der arme Kerl. Oben und Unten ist natürlich so eine Bezeichnung, die ist von uns Menschen erfunden. Oh, das ist schlecht. Ich merke gerade was. Wenn wir uns hier auf diesem schleimigen Boden befinden, dann ist die Maussensibilität stark verändert. Aber Oben und Unten ist, wie gesagt, so ein Konstrukt der Menschheit. Weil Oben und Unten ist immer zur Relation zu sehen. Unsere Definition von Oben und Unten ist halt eben... Nach unten ist das, was zum Erdkern geht im Prinzip und Oben, was vom Erdkern weg geht. Dementsprechend gibt es im Weltall so an sich kein Oben und Unten. Textlog. Wucherung. Oh Mann, das glaube ich. Die Wucherung ist bereits in einem Maschinenkranz vorgedrungen und wenn wir keine Möglichkeit finden, sie zu stoppen, wird sie spätestens übermorgen die Hauptkammer erreicht haben. Ich hoffe, die Docks arbeiten an einer Lösung. Ich selbst kann da nicht viel machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und wir sehen ja mittlerweile, wie viel tatsächlich... Schon wieder ein Stase-Pack. Wie viel tatsächlich von dem Schiff davon befallen ist. Ich meine, guckt euch das hier ja mal an. Das ist ja... Bestimmt nicht gesund. Und vor allen Dingen sieht das auch so aus, als wäre das natürlich organisches Material. Wie gesagt, die Maussensibilität ist hier irgendwie ganz, ganz komisch. Und dadurch, dass das organisches Material ist und auch noch so rumpulsiert und sich bewegt, kann man sich natürlich auch, glaube ich, die Frage stellen, ob es vielleicht sogar lebt. Fangen wir eine Tür. Und einen gut beleuchteten Raum. Medipack mit... Oh, schon wieder kein Platz mehr. Ah. Moment mal. Ich muss hier ein klein wenig Platz schaffen. Sollen wir wenigstens mal zwei Slots frei. Und ich nehme natürlich lieber das Medipack mit, als so ein bisschen Munition. Äh, Audio-Log. Sabotage, Sabotage, Sabotage. Es ist sowieso komisch, dass hier auf diesem Schiff nichts wirklich zu funktionieren scheint. Äh. Warte mal, wir sind ja von dieser Seite gekommen. Boah, die... Meine Fresse, ist die Maus hier empfindlich auf diesem Matschboden. Auf diesem Schiff scheint ja wirklich irgendwie viel nicht wirklich richtig zu sein. Und da stellt man sich natürlich... So ein bisschen die Frage... Ist das normal, dass wenn... Ja gut, ich meine, das sind schon ziemlich krasse Ausmaße. Aber wenn so ein bisschen was schief geht im Prinzip... Ob dann hier gleich alles zur Hölle geht mit dem Schiff und dem ganzen System. Ich meine... Ähm... Zentrifuge lief nicht mehr. Kein Sprit mehr im... Antriebssystem. Euch mag ich ja überhaupt nicht, ne? Ripper-Klingen. Ja, die lasse ich direkt mal da. Wir finden dann dauernd Munition für Waffen, die wir nicht haben. Oh, schon wieder eine Tür, die nicht richtig funktioniert. Ist ja ganz klasse. Es scheint auch ein ziemlich großes Problem hier auf diesem Schiff zu sein. Ständig gibt es irgendwelche Türen, die komplett rumspinnen. Hier haben wir aber eine Tür, die anscheinend auch funktioniert. Staseback. Da habe ich sowieso keinen Platz für. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass hier wenigstens ein bisschen Plasma-Munition ist. Aber... Da habe ich Pech gehabt. Kann ich es trotzdem mitnehmen? Ne. Was für eine Frage? Ich habe gerade eben noch gesagt, wir sind voll. Also warum sollte ich das mitnehmen können? Oh, das gefällt mir gar nicht, dass das mit der Mausempfindlichkeit so rumspinnt. Sobald ich auf diesem komischen Watschelboden bin. So, hier haben wir eine weitere Tür, mit der wir nur mit einem Energieknoten reinkommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das lohnen wird. Je nachdem, wie viel Inventarplatz man tatsächlich hat. Aber hier sind schon mal 5000 Credits. Plasma-Energie. Schema für die Ripper-Klingen. Mein Inventar ist voll. Das ist ein klein wenig mies. Moment. Eins nach dem anderen. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Ich brauche hierfür... Ich brauche jetzt gerade echt drei Inventarplätze. Wobei die Munition könnte ich vielleicht sogar liegen lassen. Das Schema würde ich aber tatsächlich ganz gerne mitnehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen... Dass ich lieber ein kleines Medipack da lasse und dafür ein mittleres mitnehme. Ja gut, kommen wir an die Munition doch noch ran. Oh Mann, das mit dem Inventar ist natürlich so eine Sache, ne? Das ist echt schon sehr, sehr knapp vom Platz her. Zum Maschinenraum. So, 1000 Credits. Oh, ich kann euch hören. Aber ich würde mal behaupten, das hat jetzt wenigstens recht gut funktioniert tatsächlich. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund. Nicht von den Dingern, aber von den Dingern. Definitiv. Oh, wir sind hier. Okay. Zugang zur Antriebssteuerung. Das ist sehr, sehr geil. Ich speichere mal ganz kurz hier und erzähle euch, warum das hier ziemlich geil ist. Und zwar, bevor damals Dead Space rausgekommen ist, gab es für die Konsolen vor allen Dingen, das weiß ich, vor allen Dingen für die Xbox 360, damals eine Demo-Version. Und diesen Raum, den wir jetzt hier betreten, konnte man spielen in dieser Demo-Version. Und damit habe ich damals meine allerersten Berührungen mit Dead Space gemacht. Und ich bin damals in der Demo-Version tatsächlich sehr, sehr oft gestorben hier. Also gar nicht mal so schlecht, dass wir hier den kleinen Kollegen dabei haben. Den könnten wir jetzt tatsächlich ganz gut gebrauchen. Dann gehen wir mal hier rein. Und da haben wir eine neue Art Gegner. Der Pregnant. Wieder so rum. Oh, der hält aber auch wieder viel aus. So, ihr habt gesehen, der Pregnant ist ziemlich, ziemlich aufgedunsen, sage ich jetzt mal. Der heißt natürlich so, erstens wegen seiner Körperform. Und zweitens, wenn man den Pregnant auf den Bauch schießt im Prinzip, kann es sein, dass er weitere Necromorphen auf sich herauslässt. Ich glaube, die meiste Zeit sind das mehr oder weniger die Lurker, die er freisetzt. Ich meine aber auch, dass manchmal Swarmers in dem drin sind oder drin sein können. Es scheint wohl wieder ein bisschen Platz zu haben im Inventar gerade. So, ich gehe mich natürlich hier erstmal direkt umgucken. Wir wollen natürlich alles mitnehmen. Ich würde sagen, bevor wir hochgehen, können wir uns dann doch den Knoten noch holen. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch weitere Feuerfässer. Feuerfässer. Auch eine richtig doofe Bezeichnung. Hier haben wir wieder Brennstoff für den Flammenwerfer. Aber sicherheitshalber tue ich mir noch einen hier hin. Hier hinten ist nochmal Munition. Und ich bin schon wieder voll mit dem Inventar. Das gibt es doch gar nicht. Wie viel Munition haben wir? 75 Schuss. Mit den 10, die jetzt noch im Magazin sind, haben wir 85. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge. Ripper Kling, kannst du dir die gleich liegen lassen. Tatsächlich sind die anderen Waffen hier in Dead Space eigentlich auch ziemlich interessant und sehr, sehr cool, finde ich. Vor allen Dingen auch der Ripper. Das war früher mal einer meiner Lieblingswaffen, definitiv. Das ist so eine, ja ich sage jetzt mal, Kreissäge-ähnliche Waffe. Mit der man, ähm, ein rotierendes Sägeblatt mit Hilfe einer Gravitations, mit einem Gravitationsfeld vor sich hinschieben kann. Für eine gewisse Zeit lang. Oder man kann diese, ähm, Kreissägenblätter tatsächlich auch aus der Waffe herausschießen. Alle Waffen hier im Spiel sind übrigens mehr oder weniger eigentlich nur Werkzeuge. Und, äh, an sich nicht wirklich als Waffen gedacht. Ich denke, wir haben uns jetzt mehr oder weniger alles angeguckt. Oh, ein Halbleiter Gold. Ja. Hä. Äh, Halbleiter Gold, ne. Ich würde mal sagen, das Ding müssen wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich meine, das sind 3000 Credits. Und wie gesagt, das hier ist der Pregnant. So. Äh, Antriebssequenz starten. Bitte. Zündungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Wieso hatte ich das Gefühl, dass schon wieder hinter mir was ist? Oh, oh. Jetzt reicht's aber langsam. Ihr habt Frau Ishimura unterbrochen. Sie konnte sich nicht aussprechen. Und ich liebe ihre Stimme, verdammt nochmal. Oh Mann, das war ja jetzt wieder ein Akt. Oh, Inventar schon wieder voll. Ich glaube, ich spinne. Äh, ja, nee, komm. Dann lass den Scheiß hier liegen. Was heißt eigentlich Scheiß? Äh, die Strahlenkanone mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Sie ist eigentlich so ähnlich wie der Plasma Cutter, nur eine Nummer größer. Antriebe bereit. Bitte Zündung bestätigen. Und jetzt achtet mal bitte auf den Sound. Antriebe werden gezündet. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einen Geostadt. Okay, also nächstes Ziel ist sozusagen die Brücke. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass das Asteroiden-Abwehrsystem auch noch offline ist. Was jetzt natürlich ein bisschen schlecht ist. Das heißt, auf dieser Darstellung in gelb hier, wo man den Planeten gesehen hat und das Trümmerfeld und auch diesen Riesenbrocken an Gestein und die Ishimura ganz klein daneben. Diese ganzen Gesteinsbrocken waren also tatsächlich Reste von den Bohrungen. Und da wir jetzt die Zentrifuge wieder am Start haben und auch die Antriebe wieder laufen, ist jetzt gerade dabei, die Ishimura jetzt wieder in den stabilen Orbit zu kommen. Und damit fliegen wir jetzt so langsam durch dieses Trümmerfeld durch im Prinzip. Und wenn das Asteroiden-Abwehrsystem nicht online ist, dann könnte es natürlich sehr, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden für die Ishimura. Logischerweise. Ich denke, das kann man sich vorstellen. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Zeug. Ja, Strahl-Munition, komm, lass sie liegen. Das ist ja der Wahnsinn, wie viel Munition wir hier finden für Waffen, die wir im Moment gar nicht in Besitz haben. Oh, Nicole versucht mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, da freut sich Isaac drum. Zum Maschinenraum. Wir können aber, so wie es aussieht, nicht antworten auf ihre Versuche. Mal davon abgesehen, dass Isaac ja hier in diesem Spiel sowieso nichts redet. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie finde ich, dass es dieses Spiel, dass das macht dieses Spiel aus. Ab dem zweiten Teil spricht er ja auch und in dem Remake auch, so viel ich weiß. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, irgendwie mag ich dieses Stille von Isaac. Das hat irgendwie was. So, jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal in den Shop. Bevor wir dieses Kapitel beenden. So, nochmal ein bisschen Plasma-Energie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich auch... Oh, da hinten. Dass wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Zeug verkaufen können vielleicht. Ich habe ja das meiste, was wir so einfach verkaufen könnten, direkt weggeschmissen. Medipack-Mittel. Das Schema haben wir gefunden in diesem Raum, wo es auf einmal so laut war. Schema Ripper-Klingen. Wow, wir haben sehr, sehr viele Mittelgroße dafür. Kein einziges Kleines mehr. Wir haben jetzt gerade fünf Stück. Ich bin mir sicher, vier werden vielleicht erstmal reichen. Alpleiter Gold verkaufen. Stase-Pack verkaufen. Plasma-Energie nehme ich, glaube ich, mit. Und, weil wir in dieser Folge tatsächlich... Ja, vom Geld her tatsächlich ganz... Das sieht ganz gut aus. Wir haben fünf Knoten jetzt gerade im Moment. Das ist halt eben, wie gesagt, auch so ein bisschen der Vorteil, wenn man tatsächlich nur mit einer einzigen Waffe spielt. Man kommt ganz gut an Kohle für die ganzen Energieknoten, die man dann doch braucht. Und wir sind jetzt gerade mal bei einer Stunde zwei. Das hier ist also bisher die kürzeste Folge von Dead Space. Ja gut, die erste Folge ist auch nur so lang geworden, weil ich irgendwie am Anfang nochmal zehn Minuten rumgequatscht habe. Aber ich habe mir gedacht, wenn die Folge schon so kurz ist, dann können wir vielleicht nochmal ein paar Fakten so um diese Dead Space-Welt ein klein wenig Revue passieren. Beziehungsweise, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Und zwar ist die USG Ishimura ja ein Schiff der CEC. Und die CEC, das ist die Concordance Extraction Company oder beziehungsweise Corporation. Und diese Corporation hat natürlich noch weitere Schiffe in der Flotte. Und zu den Planet Cracker gehören insgesamt zwei Schiffe. Einmal natürlich die USG Ishimura und einmal die USG Castle. Man weiß nicht so ganz genau, was mit der Castle, glaube ich, passiert ist, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall war die USG Ishimura die größte ihrer Klasse. Also von diesen beiden Planet Crackern, die die CEC besitzt, ist die USG Ishimura definitiv die größte. Und ich meine, wir bekommen immer mehr den Eindruck darüber, wie groß die USG Ishimura natürlich tatsächlich ist. Und neben diesen Planet Crackern gibt es auch noch ganz andere Klassen von Schiffen. Die CEC ist zum Beispiel auch im Besitz eines Reparaturschiffs, und zwar die USG Callion. Den Namen werden wir in diesem Spiel tatsächlich auch noch hören. Also macht euch keine Sorgen. Darüber werden wir dann aber später noch reden, wenn wir soweit sind. Es gibt aber zum Beispiel auch noch die USG Sharon. Das ist ein sogenannter Resource Extractor, also sozusagen ein Ressourcenschiff. Soviel ich das verstanden habe, fliegt dieses Schiff sozusagen zu den Planet Crackern hin und sammelt im Prinzip die Ressourcen auf, die die Planet Cracker aus dem Boden sozusagen geholt haben und bringt diese Ressourcen dann halt weiter zu den Weiterverarbeitungsfabriken, Raffinerien und wie auch immer. Dann gibt es aber auch noch eine Phobus SE, so genannt, das Schiff. Das ist ein Personal Conveyor, also sprich ein Personalbeförderer. Ist irgendwie auch ganz interessant. Und zu guter Letzt haben wir noch ein großes Bergungsschiff, und zwar die USG O'Brien. Ne, nicht O'Brien, O'Bannon heißt sie. O'Bannon, Entschuldigung. So, die O'Bannon ist tatsächlich ein Schiff, von dem man an sich nicht sehr viel hört, tatsächlich aus den Spielen. Das ist eher ein Schiff, das in einem Film vorkommt. Wenn ich mich richtig erinnere, sieht man das Schiff tatsächlich auch noch in diesem einen Film. Und ansonsten, glaube ich, hört man davon nicht mehr viel. Aber wie gesagt, ist ja auch nur ein Bergungsschiff im Prinzip. Aber ja, soviel so ein bisschen zur Flotte der CEC. Wie gesagt, CEC, Abkürzung von Concordance Extraction Corporation. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen auf dem Blatt gemacht, deswegen bitte nicht wundern, wenn ich ab und zu mal rüber geschielt habe. Aber ich kann mir doch nicht alle Namen merken. Wie gesagt, dass ich die Filme und die Bücher gelesen habe. Die Filme liest man nicht. Dass ich die Bücher gelesen und die Filme gesehen habe, ist schon ein paar Jahre her tatsächlich. Ich habe auch nicht mehr ganz alles genau im Kopf. Aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht ganz lustig. Könnten ein paar lustige Informationen sein. Und ja, jetzt habe ich sie hier mal reingebracht. Und wir sind trotzdem nicht wirklich weit von der Zeit her. Aber ich denke mal, eine Stunde, fünf reicht trotzdem. Wir beenden damit das Kapitel und damit natürlich auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ja, da sehen wir uns nochmal. Kapitel 3, Kurskorrektur abgeschlossen. Und damit gehen wir dann heimlich in Kapitel 4 über. So, hier speichern wir natürlich auch nochmal. Ist ja ganz klar. Wir spielen mittlerweile seit drei Stunden. Kommt gut hin. Also, meine Lieben, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Fall sehen wir uns sogar vielleicht in der nächsten Folge wieder. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüsschen. Bad 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 Bad